Hallo und Willkommen. Ich bin der MK3 und wie ihr seht, ist es nochmal Zeit für Warframe. Auf jeden Fall, sage ich. Auf jeden Fall. Denn ich bin auch schon losgetrottet und habe natürlich versucht, überall Sachen für Sarin Prime abzustauben. Und es war nicht ganz einfach. War natürlich wie immer nicht ganz einfach. Ich habe sogar ein paar Teile gefunden. Sogar schon die ersten Teile tatsächlich von der Nikana Prime. Zumindest habe ich einen Griff gefunden. Immerhin. Immerhin. Aber mal sehen. Mal sehen, wie das in Zukunft läuft. Weil gleich werde ich auch womöglich ein bisschen rüberschalten sozusagen in die ersten Informationen darüber. Ich meine, natürlich ist es auch mittlerweile, muss man sagen, mittlerweile ist tatsächlich schon die Webseite vom Wiki auch fertig. Wo auch Sarin Prime auch schon angegeben wurde. Aber ich habe es tatsächlich vorher. Vorher in einer der Reddit-Übersichten, wo Leute direkt zusammengetragen, die Informationen haben, direkt sagen, hier, da droppt das. Bäm. Da droppt das. Fand ich sehr cool. Fand ich sehr cool. Womöglich werde ich dazu auch gleich mal die Seite aufrufen, weil verdient hat sie es. Weil es war früher diesmal als Wiki. Diesmal war tatsächlich Reddit ein bisschen früher. Aber wir können ja schon mal kurz nochmal Blicke draufschmeißen. Komm her, Junge. Oder junge Frau, eher gesagt. Gut. Dank moderner Technik können wir doch wenigstens hier ein bisschen was von erkennen. Wie ihr schon sehen könnt, ja, natürlich mit der Nikana Prime ausgerüstet. Und ja, der Preis ist natürlich wie immer sehr interessant, möchte ich sagen. Ich finde es schön, dass tatsächlich gute 45 Euro nur für die beiden Waffen schon weggehen. Und dann mit dem Warframe zusammen die Sache tatsächlich schon die 71 Euro geht. Und wenn man unbedingt mal ein, dann müsste ein bisschen kleinen Glatterdatsch kriegen, wo ich jetzt nicht rausfinden konnte unbedingt, was es werden wird. Wobei es ist bestimmt, was hier unten drunter ist. Exklusiv Pack. Das ist das, was diesmal drin ist. Was zum Hänker... Ist bestimmt sowas, was im Rücken kommt, oder? Kann ich mir nur vorstellen. Ja, ist eine... Syndana. Also was für den Rücken. Das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Dann... Ein Sichel. Ein sehr speziell aussehendes, muss man sagen. Und dann einmal für 90 Tage Credit Booster. Wow, okay. Er findet die Booster für 90 Tage. 90 Tage? Das ist ziemlich lang hin. Okay, gut zu wissen. Nee, aber das ist tatsächlich für 125 Flocken zu kriegen. Beziehungsweise eigentlich für 126, um genau zu sein. Und ja, tatsächlich der Originalpreis, wenn man das einzeln kaufen würde, wäre 342 Euro. Holy Shit, sage ich nur dazu. Nicht, dass jetzt unbedingt jemand loslaufen soll, aber... Das ist verdammte Menge. Das ist wirklich eine verdammte Menge. Jetzt ein Geld, meine ich natürlich auch. Aber gut, wer es unbedingt haben will... Ich meine, das Witzige ist, jetzt wird sie sagen, pay to win. Momente, Freunde. Erstmal ist das primär immer noch ein PvE-Spiel. In alles in allem gesehen. Ja, ich weiß. Natürlich kann man auch die Saroyen Prime natürlich womöglich früher oder später auch... Weiß ich gar nicht. Wobei, ich bin ja kein PvE-Spieler. Deswegen weiß ich gar nicht, ob jetzt unbedingt hier... Gehen wir kurz wieder hinaus. Ob hier neben in der Conclave-Geschichte dort die Primes mit allem ihren Fehlifern so unbedingt zu... Einfach, ne? Benutzbar sind. Habe ich keinen Plan von. Mal ernst. Mich interessiert es ja auch zu wenig. Das werden die bestimmt schon irgendwie regeln, dass die Warframes auch, wenn es sein muss, im Conclave wieder richtig gut zusammenpassen. Ich habe da Vertrauen zu den Leuten. Aber mal ernst. Auf der anderen Seite wiederum. Ich spiele auch kein Conclave. Deswegen kann es mir auch ziemlich lade sein, wenn es da auch Probleme gibt. Aber ich denke schon, dass die Entwickler da auch was stricken gehen werden, dass die Primes nicht völlig alles wegruhlen. Aber ja. Wir können doch mal einfach das normale Bild reinziehen. Wo haben wir noch nochmal ein Bild? Wahrscheinlich. Moment. Gehen wir kurz hier rüber. Nur mal, nur mal kurz. Also noch habe ich sie nicht, aber ich meine, das ist nur eine Frage der hoffentlich Zeit. Hust, Hust. Nicht halt wieder 150 Jahre, ob ich zusammenkriege. Oder ganze zwei große Content-Patches später und dann habe ich erst alles zusammen. Mal gucken. Im ersten Moment erinnert sie mich wahnsinnig stark an die ganz normale Serine, muss ich sagen. Allerdings sieht sie dann noch ein bisschen durchdacht und verfeinert aus. Also man erkennt deutlich dieser Rüden vom Grundprinzip her, aber dann ist das alles ein bisschen dezenter. Auch gerade hier nicht wieder so riesen Schultern und dann hier so ein Tütü fast schon ein Riesenteil, sondern tatsächlich alles ein bisschen dezenter. Wie diesmal auch mit Tentakeln hinten runterhängen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Aber es sieht alles schon sehr speziell aus. Aber man erkennt trotzdem Serine sofort wieder. Bei anderen Primes zwischendurch dachte ich mir so wie, ist das noch der Original? Nach dem Motto im Stil. Und hier muss man sagen, erkennt man es doch schon deutlich. Muss man sagen. Erkennt man doch sie relativ schnell und ziemlich deutlich. Aber eine andere Sache hier noch nebenbei, gerade wegen den Stats. Hier unten die ganzen Fähigkeiten sind natürlich genauso wie bei der normalen Serine. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Gerade von den Grundwerten kann man natürlich darauf schließen, wie die auf Max-Level danach aussehen. Denn wenn man anfängt mit 75 Lebenspunkten zum Beispiel, dann hat man auch im Maximalfall nach der Lebenspunkte natürlich auch reduzierte. Wenn man 125 oder 150 Lebenspunkte hat, hat man am Ende des Tages deutlich mehr auf der maximalen Stufe an Lebenspunkten insgesamt. Und wenn sie mit 125 daherkommt, ist das schon ein Zeichen, dass sie auch durchaus weit auf die Fresse kriegen kann, ohne so dumm zu fallen. Die 225-Rüstung, die sie auch hat, ist auch ziemlich fett, muss man einfach mal sagen, wie es ist. Also Daumen hoch an der Stelle einfach mal. Der 100-Schilz hat Standard. Okay. Und Power 200, da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Weil mit Power 200 hatten schon welche irgendwie ausgerechnet, beziehungsweise schon durchgegangen. Sie wird mit Primed Flow auf Maximum, jetzt weiß ich gar nicht, ob es 950 waren oder 850, auf jeden Fall mehr als Volt Prime. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass Volt Prime jemals überholt wurden würde von einem anderen Warframe hinsichtlich der maximalen Energie. Und ja, jetzt haben wir jemanden gefunden. Sie wird auf jeden Fall das sein. Derber Shit, muss ich sagen. Absolut derbester Shit. Aber womöglich wird sie es brauchen. Alle Spam wie Bekloppten. Sagt er, äh, drauf. Na, mal gucken. Mal gucken, wie es danach sein wird. So, bevor ich jetzt aber darauf eingehe, wo ihr die überall kriegen könnt. Ich meine, ich verlinke es, wie gesagt, eh unten drunter. Aber ich tue es gleich mal auf die Seite bannen, damit man auch direkt, wie gesagt, auch das Reddit-Fenster hier auch mal ehren dürfen. An der Stelle muss man sagen. Hier, Daumen hoch, Jungs. Ihr habt das sehr cool gemacht. Ihr habt das wirklich in allerkürzester Zeit. Ich meine, es kam der Patch. Dann habe ich danach gesucht. Da dachte mir, Mist, noch kein Wiki da. Und zack, habe ich Reddit gefunden. Da waren schon die ersten Einträge drin mit Wolfsdraub. Nicht so, what? Wow. Ihr seid schnell, Jungs. Ihr seid absolut schnell. Ne, aber bis jetzt, äh, muss ich sagen, wenn ich jetzt im Runterscrolle, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar... Oh, lass mich runterrollen. Äh, sorry, da war was. Rühn. Rühn Prime-Systeme. Jopp. Und das war's. Das war's tatsächlich schon. Wir haben bis jetzt die Systeme nur gefunden. Aber immerhin von, äh, der Nikala, wie gesagt, haben wir noch einen Griff gefunden. Naja. Ich meine, man muss ja irgendwo mal anfangen. Und wenn wir gleich auch feststellen werden, wenn ich rüber switche, wie gesagt, auf die Reddit-Seite, dann werden wir auch schnell feststellen, dass tatsächlich dort, ähm, die Sachen ähnlich an der Position droppt, wo auch schon der Rhino seine Sachen droppen hat lassen. Und das hat mich dann ein bisschen beunruhigt, weil tatsächlich über das ganze Wochenende, ich wie ein bekloppter Rhino, nicht alleine, natürlich, aber wir waren halt im Dojo-Wiki-Bekloppt, wirklich am Rhino-Farm. Und jetzt kommen wir und sagen, ey, übrigens, wisst ihr was, da rühnt drauf genau. Ich meine, da hätte man sich denken können. Ich meine, die tun ja nicht plötzlich die ganzen anderen, ne, Sachen dann anders belegen plötzlich. Aber, ja, es ist ziemlich ähnlich tatsächlich zum Rhino-Prime. Und das ist dann so, wo man sagt, haben wir noch Schlüssel dafür? Äh, ein paar Fragezeichen? Ja, toll. Super. Äh, wie war das? Auf geht's zum Farmen von den Schlüsseln, damit wir überhaupt noch so Rhino-Prime gucken gehen können. Aber nein, wir haben glücklich mal so ein paar in Reserve gehabt. Und, ähm, vielleicht ganz gut, dass wir so spät erst angefangen haben mit Rhino-Prime. Da hat man wirklich gar keinen einzigen Schlüssel mehr gehabt. Aber okay, switchen wir mal kurz rüber zu der Reddit-Seite. So, und dann werden wir mal kurz auf das Reddit-Seitenteil mal rüber geswitcht, damit wir es auch mal sehen können. Nämlich, das ist tatsächlich das Original-Eintrag, den ich auch die ganze Zeit offen habe, den ich zwischendurch auch mit dem Refresh-Button hier mal trittiert habe, um vielleicht noch neue Informationen zu kriegen. Das war das letzte Mal Refreschen. Okay, hat sich sonst nicht mehr Großartiges geändert. Wunderbärchen. Natürlich alle, eigentlich alle wichtigen, deswegen hier, das wurde auch zwischendurch mal ausgestrichen, so, ey, wir wissen, wo überall alles ist. Auf geht's, Jungs! So, nach dem Motto. Und tatsächlich sieht es also so aus, dass Sarun-Prime, also die Blaupause jetzt davon, auf Exterminate 4, also auch 3, Drop, das heißt mal Auslöschung 3 und 4, Tower, also auf geht's, sage ich nur, Helm, Mobile Defense 1. Da habe ich gedacht, dann bitte? Mobile Verteidigung 1, kommt wirklich der Helm? Okay, den haben wir witzigerweise auch noch nicht gekriegt, obwohl wir schon mindestens 10 mal drin waren, aber was soll's. Dann natürlich das Chassé, momentan Überleben 3, wobei, mal gucken, wo es vielleicht noch droppen kann. Ich bin mir relativ sicher, dass eins von den Sachen, wo wirklich der Helm auch vielleicht noch Mobile Defense 2 droppt, das war nämlich auch genauso bei, nicht wahr, beim Rhino, es sei denn, wir kommen mir unten gleich zu den anderen Dingern, wo jetzt auf einmal Mobile Defense 2 mit drinsteht, dann sage ich mir, okay, da hat jemand gerade Plätze getauscht, aber ansonsten, ne? Also, Chassé ist halt Tower 3 Survival, Rotation C, also nach 20 Minuten, und die Systeme tatsächlich in Exterminate 2. Wer hätte es gedacht? Auslöschung 2 hat dann tatsächlich Systeme auch für uns halt gedroppt gehabt, ausgezeichnet. Deswegen kann man hier nämlich schon sehen, jetzt diverse Mods und auch diverse Sachen mit reingetan, mit wie viel auf Maximum kommt, ach jo, hier haben wir, mit Prime Flow kommen wir auf 850 Energie. Das ist ziemlich fett. 850 Energie ist wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich fett. Auch hier Sprintgespeed von 1, alles Wunderbärchen. Gehen wir mal kurz ein bisschen herunter. Vielleicht schon mal eine kleine Sache nebenbei. Ja, ihr braucht tatsächlich Nitaien. Drei Stück Nitaien allein schon für die Systeme. Grummel, grummel, sag ich nur schon. Hoffentlich reicht das für den Rest. Und natürlich eine Sache, wo ich unbedingt, also vielleicht, also, ne, Sarum Prime haben ist das eine, ja, aber die Nikana Prime haben ist Pflicht, sag ich jetzt einfach mal, ja, weil für mich, das normale Dragon Nikana habe ich sehr, sehr lange und oft benutzt, aber die Nikana Prime ist ja einfach nur das Gleiche, nur noch viel besser. Deswegen für mich Pflichtteil. Deswegen auch, dummerweise Blaupausen in Exterminate 3. Verdammt, Auslöschung 3 schon wieder, Mist. Da waren wir nämlich so oft jetzt drin gewesen und, äh, äh, äh. Naja, Blade, mhm. T2 überleben. Ne, also Survival. C, auch wieder mit 20 Minuten dabei. Hm, schaffbar, kein Problem. Und der Griff eben bei Capture 3. Ja. Gefangename 3, gar kein Thema. Wie gesagt, deswegen, wir sind reingegangen. Zack, das erste Mal gekriegt haben. Hier, nimm mal den, nimm mal den Griff vom Nikana Prime. Alles, alles, gar kein Thema, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, der Schaden hier, der ist, der ist astrein, sag ich mal. Absolut astrein. Deswegen hier unten seht ihr auch schon in der Übersicht, der Vergleich mit der normalen Dranglekana. Plus, 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 sag ich mal. Fette Hose. Einfach nur, wenn ich haben, das tat. Das gibt es gar keine Diskussion. In meinen Augen gibt es da keinerlei Diskussion zu. Und, äh, vielleicht der, ich sag mal so, für einen neu erschienenen Prime-Claw-Motto, muss ich sagen, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich auch selber sage, ist jetzt nicht unbedingt auf meiner Liste ganz weit oben. Das ist so auf der, ja, wenn es sein muss und es ist Prime, das kann man ja irgendwann mal fahren. Spira Prime. Äh, wie gesagt, die Stats sind halt nicht so geil, weil eben die Feuerrate einfach nach oben korrigiert wurde, um eben den generell schlechtere Werte auszugleichen. Wo ich sag mal so, ja, okay, auf dem Papier, das Ding macht mehr Schaden, ja, aber verbraucht dafür wieder mehr Munition, hm. Puh, weiß ich noch nicht. Also ich meine, natürlich, für die generelle Mastery-Level, top, Daumen hoch, würde ich haben wollen, aber ansonsten, äh, gucken wir mal trotzdem mal um. Also die Blaupause kommt nach Mobile Defense 4. Ja, einfach, ne, mobile Verteidigung, Tower 4, durchkämpfen und dann hat man die Chance auf das Teil. Genauso wie die Blade, All All the Pouch, also im Endeffekt, ich weiß noch nicht, wie viel es davon gibt, wurde unten auch gesagt, wie viel es davon gibt, nein, leider noch nicht. Aber gehen wir jetzt davon aus, dass, ähm, vielleicht Blade wirklich nur einmal da ist. Oder steht es hier oben irgendwo kurz dabei? Nein, haben wir noch nicht. Die, vielleicht wird es einfach keinen interessiert bis jetzt. Aber, lassen wir es erstmal so stehen, lassen wir es erstmal so stehen. Und zwar, äh, ja, also die Blades fallen halt in Tower 3 Mobile Defense, also wieder mobile Verteidigung, Tower 3. Und, äh, die Pouch, da wo ja nach die Sachen überall reinkommen, die Tasche, wenn man so will, kommt aus auch Capture 3. Ne, Gefangennahme, T3, auch da geht es dann halt los. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht gerade die Blades und die Pouch öfter da sein müssen. Wenn das wie ist bei den anderen, dann müsste man ja noch haben, jeweils eine Pouch für jede Beinseite und ein Blade für jede Beinseite. Und nach dem Motto, bin ich mir nicht ganz sicher, ob so diesmal auch wieder ist. Aber ich könnte es mir vorstellen. Aber im Ernst, das Ding ist, wenn es irgendwann mal droppt, ist es okay. Aber ich, ich gehe jetzt nicht extra los, um zu sagen, oh, lass uns sofort Mobile Defense machen von 4, weil das könnten, naja, Spirersachen für Fall. Ne, ich glaube, das ist eher wenig. Aber hier die anderen, gerade jetzt dieser Rünen, die ja natürlich als Prime-Version hier rumfliegt, da muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall hinterher. Und dann kann ich mich die andere tatsächlich in Urlaub schicken, auf unbestimmte Zeit. Aber mal gucken, wie das danach aussehen wird. Das Einzige, was ich jetzt mir überlege, ist danach, weil auch sie sieht ja wirklich diesmal nicht schlecht aus. Das switchen wir mal lieber gerade zurück, weil jetzt haben wir ja das hier alles gesehen. Aber wie gesagt, Leute von Reddit hier, Daumen hoch. Ich mache den Link extra drunter, damit wir auch diese Originalgeschichte auch mal ruhig mal würdigen kann mit einem Blick, würd ich ja vom Wasser. Gut, gehen wir gerade zurück. Gut, sind wir wieder zurück im Spiegel gelandet. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt mir so... Wollte ich hin? Hier wolle ich hin. Genau, hier willst du hin. Ausgezeichnet. Wenn ich sie mir auf jeden Fall jetzt so ansehe, ich muss sagen, die Optik gefällt mir eigentlich relativ gut. Ich meine, diese normale Saröen, gucken wir uns das gerade nochmal an. Natürlich jetzt gerade blöd, weil hier irgendwas Gesocks vor dir liegt. Aber ihr kennt so, dass hier an dem Kopf hier oben, hier diese Schulterteile hier, wild wachsender Moos, hätte ich fast gesagt. Und halt hier an der Taille halt, so dieses Teil. Auch hier das an dem Bein, dieses... Ja, dieses Verwachsung, hätte ich beinahe gesagt. Man erkennt sie halt direkt wieder. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Prime rüber switchen, dann erkennen wir schon deutlich, dass da also doch Teile durchaus wiedererkennbar sind. Aber es ist alles ein bisschen, wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen detailreicher und vielleicht auch ein bisschen besser proportioniert, würde ich sagen. Weil bei den anderen sah es ein bisschen, ein bisschen toplastig aus. Ein bisschen zu viel auf der Schulter. Und hier ist alles ein bisschen gerade dünner gemacht worden. Auch ein bisschen mehr auf den Kopf gegeben. Aber nicht zu viel, wo ich sagen kann, ja, das sieht ganz okay aus. Ich bin mir nur nicht jetzt eine Sache sicher. Ich hatte jetzt durchaus den Deluxe-Skin und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Deluxe-Skin hier drauf packen wollen würde. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist auch der Hauptnachteil vielleicht an den Deluxe-Skins. Wenn man mal so richtig cool neu designt hat, Warframe, wie er halt Sarun jetzt rauskommt, will man überhaupt dann den Deluxe-Skin da drüber kleistern? Oder sagt man sich einfach, nee, vielleicht tut man irgendwann mal hingehen und sagt dann, okay, ich tue den Kopf vielleicht von der Deluxe nehmen. Wobei, der sah eigentlich am schlimmsten aus. Aber vielleicht den auf der Deluxe-Skin, also den Kopf von ihr hier mit dem anderen Deluxe-Skin vielleicht kombinieren. Vielleicht sieht das auch sehr cool aus. Aber wisst ihr was, das werden wir dann sehen, weil den Deluxe-Skin habe ich. Und irgendwann, hoffentlich in absehbarer Zeit, habe ich auch sie. Und dann können wir uns das mal alles genauer dann ansehen, rein optisch halber. Und vor allem kampferhalber, weil ich könnte mich ehren, ich könnte mich ehren. Aber ich habe auch von ihr noch keinen Warframe-Check gemacht. Auch das sind noch Sachen, die jetzt sowieso noch demnächst anliegen werden. Weil, mal im Ernst, es ist für mich sehr wichtig, dass ich auch mal an Warframes durchgegangen bin. Bei den einen oder anderen müssen Sie sogar nachträglich das Video entweder was beischreiben oder sogar ein neues machen, weil dort hat sich ein paar Sachen so geändert, dass man sagen müsste, stimmt nicht mehr so ganz, was da steht. Aber okay. Lassen wir es erst mal so stehen. Wie immer, danke fürs Zusehen und vorbeischneiden. Und ich würde sagen, bis die Tage, mit dem Anhang. Mit dem Anhang. Ich hatte jetzt die Codes schon verteilen wollen. Ich habe dem einen oder anderen das auch zugesandt schon. Einer hat sich auch nicht gemeldet von dieser Woche. Und von letzter Woche hat sich auch noch einer nicht gemeldet, ein PS4-Spieler. Ich sage es mal so. Wenn der PS4-Spieler sich in baldiger Zeit nicht bei mir meldet, werde ich diesen Code wieder zurück zur Verfügung stellen. Das heißt, wir werden mal einmal bei Platt & Stuff tatsächlich nicht nur zwei Codes raushauen, sondern zwei Codes plus einen PS4-Code dann. Dann ist der tatsächlich reserviert, tatsächlich nur für die PS4, für die Konsolenspieler. Und dann, ja, hoffentlich sind genug Leute dabei, weil dann werde ich diesen Code tatsächlich nur zwischen den PS4-Spielern einfach mal auslosen. Okay. Das war es jetzt wirklich mal. Bis die Tage. Und ciao.